Hallo und herzlich Willkommen zu unserem neuen Video. Diesmal bin ich noch mal mit anderer Crew unterwegs. Das ist der Andi, ein Snowboard-Kollege der ersten Stunde des Snowboardens. Und hier wieder bekannt, jetzt schon Nico, der ärgert mich schon wieder und Ali ist heute auch auf dem Snowboard, aber der möchte ja anonym bleiben mit James Bond Board. Zeig her die Unterlage. Wohooo! Musik 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 Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich So, wir steigen jetzt auf den Schwarzkugel auf. Der Rest hat uns schon verlassen, die faulen Säcke. Aber gut, schauen wir mal, ob sich's rentieren. Da geht's rauf für uns, in die Sonne. Oh, für einen von uns geht's auf jeden Fall rauf. Der andere kämpft. Das war's beiseite, kennt ja jeder. Einbrechen gehört dazu, wenn man ohne Fälle geht. Aber am Grat ist eigentlich super zum Gehen. Jetzt haben wir's bald geschafft. Die letzten Meter noch auf dem Gipfelgrad. Und wir haben Glück, die Wolke ist auch weggezogen. Und es ist zwar noch bewölkt, aber im Moment hätten wir beste Sicht. Drücken uns mal die Daumen, dass es so bleibt. So, oben sind wir. Ja, nicht ganz alleine. Aber egal. Hauptsache um. So schauen wir mal in den Hang rein, oder? Genau. Bespitt. So, hier ist es so schön. Wow. Hehehe. 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 Woo-hoo. Yeah. Hehehe. Hehehe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020